Erklär mal, Cynic-Thema, was will der von dir? Warum nicht auf Twitch? Ich hab das Gefühl, dass du ein Wesen bist, das sich selbst in Gesellschaft einsam fühlt. Kenne ich selber. Stimmt schon. Ich hab mich schon immer irgendwie auch anders gefühlt. Ist Mexiko ein Hotspot für Leute wie dich? Das Feuer ist aus, Läger. Ich krieg den Kamin nicht an schon wieder. Ja, der war doch eben schon an, Bro. Feuer, Edding, man. Siehst du das? Hast du das Gefühl, als würde das Universum dich gerade testen? Ob du immer noch so regelmäßig betest und dankbar für auch kleine Dinge bist? Wie war der Monat Dezember finanziell? Nö, finde in Mexiko waren deine Augen glücklicher. Was der Rosty auch geschrieben hat. Shit, man. Würdest du dich mit Nico vertragen oder einen Realtalk machen? Noe, wo meinst du? Rosty PNK fragt, hattest du schon mal schlechte Erfahrungen im Sinne von Panikattacken mit Weed? Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Fahrer am Kuder mit ner Bitch, der Kopf ist gefickt und ich öffne ne Bardo. Jeder will Aufmerksamkeit, doch der Schmerz auf mein Herzen wiegt über ne Tonne. Kann ich entkommen, bete zu Gott, bitte übernimm Kontrolle. Erklär mal, Szenik-Thema, was will der von dir? Frag ihn, Bro, ja? Frag ihn. Keine Ahnung, was der will, Bruder. Seine Unzufriedenheit und seinen Hass rauslassen wahrscheinlich, keine Ahnung. I don't know. Warum nicht auf Twitch? Weiß nicht, Digga. YouTube float besser. Macht mehr Spaß so. Ist mehr Action. Ich bin nicht so der, guck mal, ich bin so, ich bin so unregelmäßig auch live, ne? Man muss ja schon, ähm, man muss ja schon, äh, auf Twitch definitiv am besten regelmäßig live gehen. Feste Zeiten sogar sind geil. Ansonsten ist es auch nicht fair, so, weißt du, was ich meine, so? Dann lass den Abo da und so und dann komm ich kaum live. Und irgendwie, keine Ahnung, so, ähm, die Action ist hier auch mehr, weil hier einfach mehr Reichweite auch ist. Gibt ein paar Leute auch, die hier auf YouTube am Start sind einfach und Twitch nicht. Und deswegen, keine Ahnung, hab ich jetzt so das Gefühl gehabt, mach mal ein bisschen wieder auf YouTube live. Macht mir Spaß, Digga, wenn ich irgendwie das Gefühl hab, also keine Ahnung, wenn ich jetzt dann vielleicht, äh, wieder mal in einem anderen Land bin oder so und ein paar Talks mache, auch online, so über Twitch oder so, ich meine über Stream, dann werde ich das eventuell auf Twitch machen. Jo, schauen wir mal. Schauen wir mal. Ich mach so, wie ich Bock hab, so, weißt du, ich hab ja mehrere Plattformen und ich mach immer so, wie ich Bock hab, einfach. Kann auch sein, dass ich einfach random morgen auf Twitch live geh. God bless you, Bro, wünsch dir alles Gute. Dankeschön, One Man Show, ich küsse dein Herz, danke für die Liebe, Grüße gehen zurück. Weh schon, wie das läuft, man. Ich hab das Gefühl, dass du ein Wesen bist, das sich selbst in Gesellschaft einsam fühlt, kenne ich selber. Ja, kommt drauf an, welche Gesellschaft, ne? Gibt nicht viele Menschen, ähm, die ich in meinem Leben so um mich rum hatte und getroffen habe, wo ich mich nicht einsam gefühlt hab. Man muss schon sagen, du hast recht, also generell, nicht einsam, aber man, doch, man fühlt sich so, so, so alleine, weißt du, einsam ist so negativ behaftet, so, weil manchmal ist es auch ganz cool, alleine zu sein. Einsam ist dann so, dass man das nicht gerne, dass es, dass es nicht nice ist. Also, stimmt schon, ich hab mich schon immer irgendwie auch anders gefühlt, weißt du, schon immer irgendwie nicht dazugehörig gefühlt, äh, weil ich irgendwie das Gefühl hab, dass ich anders bin. Und dann kommt natürlich auch sowas dazu, wie Ausgrenzung durch Hautfarbe und so, gab's damals auch in meiner Kindheit, was auch nicht dazu beigetragen hat, dass man sich so fühlt, als ob man dazugehört. Aber, wenn man das alles beiseite legen würde, dann glaube ich, dass ich auch ein sehr spezieller Charakter bin, ein sehr spezieller Typ bin und selten Menschen finde, mit denen ich so eine Wellenlänge hab, mit denen ich so, weißt du, wo ich mich so fühle, so, okay, geil, Digga, da ist jemand, der fühlt und denkt ähnlich wie ich und ich fühle mich nicht so ganz alleine. Mit wem ich das krass habe, ist mit Laura, so, Laura, mit Laura fühle ich mich auch so nicht so alleine, wenn wir reden, ich glaube, sie auch und damals halt schon auch, ne. Ich hab immer mindestens eine Person in meinem Leben zum Glück gehabt, mit der ich mich so fühle, als ob man irgendwie zusammengehört, als ob man irgendwie gleich ist, ähm, ja, dafür bin ich auch extrem dankbar, so. Auch wenn ein paar von den Menschen vielleicht nicht mehr da sind, aber ich hab auf jeden Fall alle immer im Herzen und halte das in Ehre, so, weil es ist auf jeden Fall was Besonderes und Nices, wenn man Menschen trifft, wo man das Gefühl hat, so, ja, Mann, ich fühle mich nicht mehr ganz so alleine, weißt du? Tamadeus in Quarantäne, Bro, danke, dass du live bist, ich küsse dein Herz, Bruder, ich hoffe, du kommst gut da durch und fühlst dich nicht ganz so alleine. Hm, hm, ist Mexiko ein Hotspot für Leute wie dich? Ah, das ist schwierig gefragt, ne, ich war ja auch nicht in ganz, äh, ich war ja auch nicht in ganz Mexiko unterwegs, sodass ich jetzt dir sagen kann, genau, äh, weißt du? Ich war ja eigentlich so Main, mein Main-Ding, wo ich am meisten erlebt hab, was auch am meisten bei mir hängen geblieben ist und was mich auch am meisten geprägt hat, ist einfach Tulum. Also, Tulum ist für mich ein, äh, ein Ort, der wird auch für immer im Herzen drinbleiben und, ähm, da muss ich definitiv sagen, da gab's viele Menschen, viele Menschen, die ähnlich ticken, weißt du? Da gab's auch viele Menschen, die, äh, ja, einfach ähnliche Einstellungen haben und was ich halt an Tulum so geil fand, jetzt zum Unterschied auch nochmal zu Plei, der Kamen und Tulum zum Beispiel, was ich an Tulum so geil fand, ist, dass die Leute halt, also es, ähm, ähm, da mischt sich halt diese Leute, die kommen wegen Spiritualität und aufs nächste menschliche Level zu kommen und auch wegen Vibes Party und so eine Sachen, weißt du? Das mischt sich halt und ich find das geil, weil ich bin eigentlich auch so ein Mix aus beidem, weißt du? So, ich bin einer, ich mach gerne Party und so, ich bin auch gerne Fresh, ich mach gerne so einen auf, weißt du? Ziemlich gerne gut an, bin auch teilweise ein bisschen oberflächlich, dies, das, ähm, auf der anderen Seite feiere ich auch diese spirituellen Sachen, so Yoga, Meditation, ähm, ja, Spiritualität einfach, weißt du? Und diese Kombination finde ich halt geil und das vereint sich in mir und da gab's viele Menschen, die auch so in die Richtung tendieren und das tat mir auf jeden Fall gut. Da hab ich definitiv mehr Menschen kennengelernt, die so ähnlich sind wie ich als in den Jahren zuvor in Deutschland. Und so, das auf jeden Fall. Ich vermisse auch Tulum und auch die Menschen in Tulum. Äh, Bruder, wo hast du die Cargo in dem neuen Talk mit Sugar her? Die Hose meinst du, die schwarze? Das Feuer ist aus, Digga. Mann, Bro, ich leg den Kamin nicht an schon wieder her, der war doch eben schon an, Bro. Jetzt ist er da. Feuer, hey, man, gib mir die Fire-Vibes, man. Guck mal, jetzt burnt er aber richtig dahin, siehst du das? Siehst du das? Genau, Bruder, die Hose hab ich von... Warte, ich kann mal gucken. Die ist von Real, heißt die Marke, Bro. Real. Rel. Keine Ahnung, Alter, Rel Realt. Ich hab kein Real, glaub ich. R, E, E. Oder B. Na, Bro, die Schrift ist echt komisch. Auf jeden Fall hab ich die, glaub ich, bei Snipes gekauft, Digga. Dilan fragt, wo hast du die Kreuzkette her aus dem Talk mit Sugar? Die hab ich online bestellt, nee, oder? Nee, die hab ich in Mexiko gekauft, Bro. Die hab ich in Mexiko gekauft. Und zwar einfach an einem Shop. So an einem kleinen mexikanischen Shop. Also, keine Ahnung, aber so eine Kreuzketten gibt's auf jeden Fall. Auch hier in Deutschland, würd ich sagen, oder? Muss einfach mal googeln, oder so. Hast du das Gefühl, als würde das Universum dich gerade testen? Oh, Bro, das hab ich ja eigentlich immer. Ja, ich, 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 viele Sachen, die, also, ja, auf jeden Fall. Ich glaub, jeder wird irgendwie getestet. Jeder wird irgendwie getestet, auf die Probe gestellt, so. Egal, ob's gut oder schlecht läuft, weißt du? Ich, ich glaube auch zum Beispiel, als es, äh, mal richtig gut lief bei mir, jetzt unabhängig von mir auch, wenn, wenn du zum Beispiel finanziell erfolgreich bist, oder geschäftlich erfolgreich bist, und alles, alles läuft so, das ist auch eine Art von Test. Wie du dich in diesen Situationen verhältst, weißt du? Wie du dann drauf bist, wie du andere Menschen behandelst, ob du abhebst oder nicht, ob du immer noch so regelmäßig betest und dankbar für auch kleine Dinge bist. So, das ist halt, das sind Dinge, die sollte man nicht verlieren. Und ich glaube, bei mir zum Beispiel, dieses immer wieder, dass auch mal, äh, Steine in meinen Weg gelegt werden, oder das Leben auch mal ein bisschen härter ist, das soll mir halt einfach auch immer wieder zeigen, wie das Leben läuft, weißt du? Das Leben ist nicht konstant positiv, und es geht auch nicht immer nach oben, sondern man hat auch mal Phasen, in denen es einem nicht so gut geht, weißt du? Und ich glaube, diese Phasen, in denen es einem nicht so gut geht, da lernt man viel zu schätzen und das, diese Dankbarkeit und diesen Wert fürs Leben oder für Dinge, wenn sie gut laufen, sollte man immer mitnehmen, egal, ob es gut läuft oder nicht. Auch in, äh, Zeiten, wenn es gut läuft, weißt du? Nö, finde, in Mexiko waren deine Augen glücklicher. Eigentlich nichts, außer da warst du immer oberkörperfrei. Bessere Vibes aus, äh, Mexiko. Wer wird der nächste Interviewpartner sein? Das weiß man nicht genau. Der Unterschied war, dass du doch, dass du dort interessanter warst. No hate. Aha, okay. Mm, 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 das ganze Leben ist ein Text. Test meinst du wahrscheinlich. Unter Strom und in Deutschland mehr gechillt. In Mexiko bist du unter Strom und in Deutschland mehr gechillt. Ja, das auf jeden Fall, Bro. In Mexiko war immer so, boom, du wächst auf, so babababab, du willst irgendwas machen, tun, so. Das Feeling, dass der Brother auf deutschem Boden ist, man ist automatisch verbundener, weil du gleiche Dinge nachvollziehen kannst. Roasty, das habe ich auch das Gefühl, auf jeden Fall. Du warst aktiver. Wie war der Monat Dezember finanziell? War sehr gut. Also war wieder mal einer der Monate seit Monaten, wenn nicht sogar seit ein, zwei Jahren, wo ich ja am meisten Geld verdient habe, auf jeden Fall. Aber gleichzeitig fühlt man dir Vitamin D-Vibes, die du in Mexiko aufsaugst, das gibt dann auch wieder andere Energy. Ja, man ist so ein bisschen positiver geladen, ne? Das auf jeden Fall. Dort habe ich dich immer verfolgt, automatisch irgendwie, aber hier nicht mehr so. Krass, ja? Das ist halt komisch, so. Leute schreiben, aber ich habe das Gefühl, auf jeden Fall, dass Leute sich irgendwie mehr interessieren, wenn ich in Deutschland bin. Und ich glaube, das liegt halt daran, was der Roasty auch geschrieben hat. Shit, man. Ach du Scheiße, Digga. Scheiße, Digga. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, das liegt wahrscheinlich daran, dass die Leute sich halt doch dann mehr verbunden fühlen, weil man die gleichen Sachen irgendwie miteinander durchmacht und spürt auch so, ne? Das, ich glaube, deswegen kommt es auch, dass, keine Ahnung, selbst sogar meine Insta-Stories haben mehr Views gehabt, als ich wieder nach Deutschland gekommen bin, als drüben in Mexiko. Ja. Aber das ist auch nicht das Thema. Also das ist jetzt keine Grundlage für eine Entscheidung, ob man hier bleibt oder nicht so. Ich werde sowieso wieder zurück nach Mexiko gehen. Das weiß ich jetzt schon. Das wusste ich schon, bevor ich gegangen bin. Wann, wie, weshalb, warum, wie lang und so, weiß ich noch nicht. Würdest du dich mit Nico vertragen oder einen Realtalk machen? Noe, wo meinst du? Ey, Bro, zu reden bin ich immer offen, ne? War ich auch immer und werde ich auch immer bleiben, so. Weiß ich jetzt nicht, ob das zustande kommt, aber ich bin generell einfach ein Typ, der einfach offen ist, Digga, weißt du? Jede Art von Gesprächen gegenüber auch Menschen, mit denen man vielleicht nicht mehr cool ist oder mal cool war, ist alles nice, so, ist alles cool. Ich bin einer, ich bin nicht so, dass ich mich so komplett verschließe und nie wieder mit Leuten rede, egal, was passiert ist oder nicht. Also im Gegenteil. Ich bin einer, der lieber gerne, ja, lieber redet, als einfach drauf scheißt, so. Weißt du? Was geht, was geht, Meister? Mega coole Talks, die du da wieder rausgehauen hast. Im März geht's wieder nach Jamaika. Wenn du Bock hast, komm vorbei. Bett für dich ist immer am Start, Brody. Nico, ich küsse dein Herz, Bro. Ab März haust du ab, oder was? Das werde ich mir auf jeden Fall mal durch den Kopf gehen lassen. Ich wollte, also ich werde Jamaika in nächster Zeit definitiv besuchen gehen, hundertprozentig. Spür da auch schon die ganze Zeit was. Hat mir viele Videos von Jamaika auch reingezogen in letzter Zeit. Noch ein bisschen husteln, Bruder, und dann wieder ab in die Freiheit. Ist dir auch von Herz gegönnt. Ich küsse dein Herz, Bro. Das ist der Plan, so. Das ist so der grobe Plan, ist auf jeden Fall hustle. Noch ein bisschen weiter zu husteln und dann, ähm, hasta la vista, Baby. Je nachdem auch, wie es aussieht hier mit, äh, Gesetzen auch, Politik, was hier noch läuft. Schauen wir mal. Verballer doch nicht das Geld, wenn du schon mal wieder was verdient hast. Wieso verballern, Bro? Ich verballer kein Geld. Ich werde auf jeden Fall nicht irgendwo hingehen zum Ballen. Weißt du, wie ich meine so? Und das, was ich letztes Mal gemacht habe, wo ich nach Mexiko gegangen bin, die ersten zwei, drei Monate nur am Ballen gewesen, das werde ich jetzt nicht nochmal machen. Weißt du, das brauchte ich halt einfach auch, weil ich da noch nicht geballt hatte. Und ich muss, wenn ich neu irgendwo bin, auf jeden Fall mal ballen für eine Zeit. Aber ich hab ja auch schon, ich weiß ja jetzt mittlerweile auch schon, was da läuft, was da nicht läuft. Und hab viel mehr Connections mittlerweile, auch was Wohnungen angeht, etc. Ich bin gut, ich weiß gut, wie man, wie man da movt in Mexiko. Und deswegen ist es kein Geldverschwenden. Das ist einfach nur ein Puffer, den ich mir hier gerade auch aufbaue, dass ich dann drüben auch, ähm, ja, ein gewiss, so in gewisser Maßen ein bisschen relaxter bin und mir dann Gedanken machen kann, wie es auch Content-mäßig weitergeht. Ich wollte immer schon so zwei, drei Dinge noch ausprobieren, auch drüben, die ich noch nicht ausprobiert habe. Und da werde ich auf jeden Fall weiter machen, wenn ich wieder da bin. Weil das sind Sachen, die will ich auf jeden Fall ausprobieren. Ich rede noch nicht zu viel. Und wenn ich ein bisschen finanziell ein bisschen wieder besser dastehe, also ein kleines Puffer wenigstens habe, dann, ähm, bin ich auch viel freier, weißt du? Dann kann ich viel cooler mir Gedanken machen, so. Und bin auch viel lockerer, auch für Videos, etc., weißt du? Das ist wichtig. Gerade, wenn man neue Dinge machen will oder in neuen Varianten. Mach, was du willst mit dem Geld, aber vergiss nicht, Laura. Wie meinst du das, Bro? Haut? Ich vergesse niemanden, Bro. Topic Johnny sagt, hab leider lange nichts mehr von dir gehört, gesehen, bis auf gerade den Livestream. Interessiert mich, was du, was machst du aktuell, beziehungsweise was hast du so geplant? Bleib noch ein bisschen drinne. Peace. Aktuell bin ich gerade hier in der alten Ferienwohnung von meiner Oma und von meinem Opa. Das ist ein Häuschen, ein kleines Häuschen mitten im Wald in der Nähe von Zelle. So, und ich bin gerade am Stream. Auch süß. Was meinst du? So generell einfach, ich hab jetzt ein paar Interviews wieder gemacht, ich bin hier gerade wieder am Talks machen, komm ins Café Basis, da werden auch noch einige kommen. Und ansonsten eigentlich nicht viel, wenn ich ehrlich bin. Regelmäßig trainieren, meine Talks machen, ähm, essen, so. Also ist jetzt nicht so spannend mein Leben gerade. Ne? Ich fahr halt viel rum wegen den Talks in verschiedene Städte und quatsch da mit den Leuten. Aber ansonsten passiert gerade nicht viel in meinem Leben. Sagen wir mal so. Was würdest du auch groß machen? Es gibt ja auch nicht mehr so viele, äh, Möglichkeiten, ne? Ich weiß nicht, was, 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 was geht denn bei euch? Was macht ihr so? Was macht ihr so, um euch abzulenken? Weißt du, wie ich meine? Was ist das für ein Feuerzeug? Das ist einfach ein Feuerzeug, bro. Ein ganz normales Feuerzeug, Digi. Skrrr. Feuer, ey, denn, man. Ich küsse dein Herz. Okay. Nice, nice, nice. Und ja, dann schaue ich mal öfters rein und deine Street-Umfragen waren für mich am besten. Ich küsse dein Herz. Dankeschön für den Support. Ich habe auch gestern, habe ich mal so einen YouTuber abgecheckt. Gestern habe ich mal so einen YouTuber abgecheckt. Der macht auch so Straßenumfragen und so. Tom irgendwas, glaube ich. Da habe ich mal so seine ersten Videos gesehen. Dann habe ich gesehen, das ist so krass. Also ich habe da auf jeden Fall schon so was da gelassen in dieser ganzen Straßenumfragen. Street-Reaction, was weiß ich, wie man es nennt. Straßen-Interview-Szene, so. Die haben fast alle angefangen, so wie ich, mit gleiches Intro, Bruder. Versucht auch so am Start und und so ein Shit, Digga. Ist krass. Also ist echt krass. Das hat mir gestern wieder so gezeigt, so heftig, bro. Mit den Straßenumfragen hast du auf jeden Fall einen Stempel dagelassen. Stempel it in, man. Gib mir die Stempi-Vibes, jo. Stempi. Rose, die PNK fragt, hattest du schon mal schlechte Erfahrungen im Sinne von Panikattacken mit Weed? Panikattacken habe ich noch nie gehabt, bro. Nee. Also das war eine Sache, ich habe da immer wieder von gehört. Mein Bruder hat das auch damals ab und zu mal gehabt, aber nicht wegen Weed, sondern wegen seinem Unfall, den er hatte. Hat er ab und zu Panikattacken gab. Das war eine schlimme Zeit. Das war scheiße, Digga. Das war eine sehr schlimme Zeit auf jeden Fall. Und ansonsten wurde ich damit nicht so wirklich konfrontiert. Panikattacky-Vibes. Haben wir ja viele, ne? Ich habe das nie gehabt. Leon, hörst du zufällig Musu, brutaler Künstler aus Deutschland? Ja, bro. Ich höre den aktuell nicht mehr so krass, aber ich habe den damals schon ganz früh auch supported. Mit Storys und den Videos eingeblendet, etc.